Hallo, hier ist Martin von Money Money Case, das ist die DAX-Analyse für Montag, äh, Montag, sag ich schon, für Freitag, den 20.08.2021, damit den letzten Handelstag in der Woche und unser DAX hat zum Donnerstag seinen Brand erstmal wieder löschen können, nachdem man natürlich selber vorher nochmal ordentlich Benzin reingepieselt hat. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass wir, ähm, auf jeden Fall Risiko auf der Unterseite ganz klar hatten, sollte er unter 8.50 drunter gehen, hätte durchaus das Zeug hier in die 6.20 bis in die 6.20 reinzufallen, genau das hat er getan, ist auf die 6.20 gekommen, auch ziemlich genau das sogar gemacht und hat sich von dort jetzt erstmal wieder abgestoßen, schönes V hier unten reingestellt, sind ein bisschen Träger hochgekommen, wie auch runterzugekommen ist, ähm, das lässt natürlich ein kleines Fenster offen, dass er nochmal, dass er nochmal ein bisschen nach oben wegbricht, ähm, könnte mir vorstellen, dass er in der Nacht vielleicht probiert, einen Nachthoch dann an der 8.50 zu machen oder jedenfalls zum, zum Freitagmorgen nochmal ein kleines Nachthoch an der 8.50 stellt und wenn von dort hart nach unten getreten wird, also dieses Gap quasi offen bleibt, ähm, hätte er durchaus nochmal Potenzial hier auch nochmal runterzugehen, auch nochmal auf das Niveau, auf die rote Linie und vielleicht auch so ein bisschen drunter, ähm, definitiv, ja, aber ich denke, man kann ihm da jetzt, ähm, relativ kurz und Prozess einfach machen, irgendwas, so, sorry, ähm, ja, also kurz einen Prozess einfach machen, ähm, weil, dreht er dort nicht runter, also dann, äh, der hat da oben volle Pulle offen halt, ne, dann haben wir jetzt hier ein schönes Korrekturmuster, dreiteilig abgeschlossen, die werden passen auch wunderschön aufeinander, wenn man die erste anzieht, äh, zu der, die stehen super im Verhältnis, das heißt, das kann durchaus ein abgeschlossenes Korrekturmuster sein, bleibt er jetzt hier, ähm, nicht, nicht drunter, nicht unter den vorherigen Tiefs hier, dann definitiv nach, ja, nach oben, nach oben Platz halt, ne, also ich würde schon sagen, alles, was über 8.50 geht, hat Tendenz zum Gap-Close, ähm, 15.985 und dann eher sogar wieder hin Richtung 19.585, 16.022, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das zum Donnerstag durchaus kommen kann, ja, er hat sich halt nicht von 8.50 direkt hochgedreht, sondern erst hier unten, da hat natürlich dann ein bisschen, ein bisschen Potenzial gefehlt, dann an Durchschlagskraft, hätte er 8.20 gemacht, hätte er die auch direkt auskontern können, das, äh, das haben wir gestern ausgiebig diskutiert halt, ne, oder, oder, ich hab's dargestellt, dass es zum Donnerstag häufig so ist, ne, dass der einmal komplett dann auf der anderen Seite wieder durchlädt, das kam jetzt hier für mich nicht ganz ausgenutzt, das Potenzial, also eine 5.900 wäre durchaus realistisch gewesen, selbst eine 5.965 wäre realistisch gewesen, nach, auch nach dem Tief an der 6.20, das hat aber nicht gemacht, hat sich ein bisschen ausgekühlt, und, ja, jetzt wird für mich wichtig, wie der Freitag reinkommt, haben wir eine Nacht hoch bei 8.50 und wir eröffnen relativ nah wieder hier an der Eröffnung rum, könnte ich mir vorstellen, dass wir, dass wir runterdrücken, dass er auch den ganzen Freitag dazu nutzen kann, um runterzudrücken, schön Stück für Stück einfach abzugleiten jetzt zum Verfallstag, ähm, Richtung, ich sag mal, 15.575, vielleicht erst mal 15.550, das wäre so erst Anlaufstation 1, und sollte er aber nicht runtertreiben, sollte er einfach hier über die 8.50 stellen, vielleicht sogar ein Aufwärtsgap reinstellen, ähm, dann macht er das bestimmt erst mal zu, und dann drückt er sich aber hoch, also dann würde er das Aufwärtsgap bringen, dann ein Gap-Close machen und sich dann hinten raus so hochschieben, und dann ist Sinn selbst 16.20 wieder erreichbar, das ist einfaches, das ist einfaches Terrain oberhalb von 16.50, äh, 15.50. Ja, und, ähm, das ist es eigentlich schon. Wir brauchen wir eigentlich gar nicht besprechen, das wäre dann eine ziemlich kurze Analyse, aber mehr gibt's hier nicht zu besprechen, viel andere Varianten haben wir nicht, weil das ist, das ist schon mal krass, krass ausgekontakt wieder halt, ne, also die Tagesschüsse, komplett fast rausgenommen, komplett, fast so eine grüne Tageskasse geworden auf Tagesebene, hat das mittlere Bollinger-Band wieder nach oben gehalten, also hätte er einen Tagesschuss hier unten gemacht, so ich sag mal so unter, unter 700, dann hätte er aus Tagessicht unten raus natürlich ein bisschen mehr Risiko jetzt drin gehabt, ähm, so gesehen gibt das eher Chancen nach oben, das ist sogar von der Tageskerze her, würde ich nicht wundern, wenn, wenn er jetzt eine Tageseröffnung macht bei, das wäre ein bisschen krass, oder, 15.900, also das würde hier gut jetzt in den Chart reinpassen, ne, eine Tageseröffnung so oberhalb von 18.5, 15.8.45 und dann direkt bis hoch in die 16.20 rein, das würde hier zumindest passend aussehen, ja, das würde passend aussehen, ähm, denke ich aber nicht, dass das kommt, ja, weil ich würde auch denken, aufwärtsgäb und dann, dann, äh, runter, runterdrücken und dann wieder aufdrehen, ja, aber der Knackpunkt, der Knackpunkt liegt für mich zum, zum Freitag jetzt definitiv, auch trotz Verfall, das ist jetzt egal, die größten Verfallsbemühungen sieht man immer am Donnerstag, äh, würde ich schon sagen, oberhalb von 18.50, Tendenzrichtung durchaus 16.22, 16.20 und gegebenenfalls sogar mehr, aber für den Freitag vielleicht ein bisschen viel verlangt gleich, ne, ähm, der hat er ganz schön durchgepowert, so. Das ist, das, das ist es, 8.50, 8.50 für mich absolut entscheidend, darüber sehe ich ihn hoch, äh, alles was da runtergeht, alles was auch hier unter 800 geht, hätte für mich eher nochmal eine Tendenz runter, 2.6.70, hätte für mich eine Tendenz runter Richtung 5.85, 5.75 und damit kann ich euch eigentlich schon alleine lassen, äh, weil mehr Alternativen sehe ich nicht, mehr typisches Freitagsgebilde kann ich auch nicht wegnehmen, ich denke, es läuft auf Tagesschlussrichtung Tageshoch oder Tagesschlussrichtung Tagestief hinaus, ja, und das wird man früh gleich merken, das wird man früh gleich merken, ob der, ob der oben lang will oder unten, das wird man merken, weil entweder steht er über 8.50 oder steht unter 800, Punkt, und dann einfach daran orientieren und den ganzen Tag bewusst machen, dass er gegebenenfalls bis Tagesende das Programm durchziehen kann, was er anfängt, ja, und fertig ist, ja, mehr, äh, mehr Schmuck brauchen wir nicht, Donnerstag hatte, finde ich, schön geklappt, also, hätte gut gemacht, klar signalisiert, unter 8.50, das war genau das, was wir gesagt haben, dann bis 6.20 auf den Punkt runter, also, ähm, schöner Rebound, eingeleitet mit grüner Stunden Kerze, also, hat vieles gepasst, von dem, was, was man zum Donnerstag typischerweise sehen, mal gucken, ob der Freitag jetzt auch wieder so gut mitspielt, auf jeden Fall, schönes Chartbild, schöne Technik, ähm, ganz anderes Bild, wie wir es jetzt noch vor ein paar Tagen hatten, ne, wo es schon ein ganz schönes Geschieben und Geschramme und wo auch Marken ganz unzuverletzlich genommen wurden, ne, da war das sehr, sehr, sehr sauber und sehr deutlich, ähm, auch wenn es dann mit den Amerikanern wieder ein bisschen unruhend wurde, aber es trotzdem insgesamt ein guter Tag gewesen, denke ich, ähm, wo die meisten auch eigentlich zurechtgekommen sind, so, zumindest ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie der Freitag reinkommt und dann wird sich der Rest ergeben. Also, ich mache hier zu, brauche euch nicht mehr erzählen, wünsche euch viel Erfolg zum Freitag und gutes Gelingen und dann schon mal schönes Wochenende und wir hören uns dann für die Analyse zum Montag wieder am Sonntag. Bis dahin, tschüss.